HR Info. Engel fragt. Mit Julia Tschetsch. In unserem Land kann es jeder zu etwas bringen. Dazu muss man sich nur genug anstrengen und Mühe geben. Das verspricht uns die soziale Marktwirtschaft. Aber ist es wirklich so? Oder ist die Herkunft und das Elternhaus entscheidender für den eigenen Wohlstand? Haben weniger privilegierte Menschen in unserer Gesellschaft überhaupt die Chance aufzusteigen? Oder gilt eher, einmal unten, immer unten? Das will ich heute herausfinden bei Engel fragt. Los geht's bei der Caritas in Offenbach. Hierhin kommen Menschen, denen es finanziell richtig schlecht geht. Und ich darf bei einem Beratungsgespräch für eine Familie mit dabei sein. Hallo. Hi, guten Tag. Familie Susu kam bisher mit mehreren Niedriglohnjobs über die Runden. Durch Corona ist der Vollzeitjob weggebrochen. Frau Boznakowa berät die Familie seit neun Monaten. Im Moment haben Sie beide einen Minijob. Aber bis März hatten Sie noch einen Vollzeitjob dazu. Was genau haben Sie alles gemacht? Reinigung. Reinigung. Restaurant. Immer die Nachtarbeit. Immer die Nachtarbeit. Die Nacht. Die neun Uhr bis vier Uhr. Also Nachtschicht und Frühschicht als Reinigungskraft im Restaurant. Das war der Vollzeitjob. Und den Minijob, den haben Sie ja jetzt noch. Was ist das? Die Reinigung für die Schule. Die Schule. Wenn Sie beide Vollzeit gearbeitet haben plus jeweils Minijob, dann haben Sie? Im Gesamt zusammen 2.500 Euro. Pro Monat. Pro Monat, ja. Im Moment haben Sie nur noch den Minijob und bekommen etwa 400 Euro im Monat. Sind das Geschichten, die auch häufig vorkommen? Auch, dass Menschen mehrere Jobs haben und es trotzdem nicht zum Leben reicht? Leider, das ist die Wahrheit. Viele Leute haben mehrere Jobs. Und trotzdem sind immer noch vom Jobcenter abhängig. Entweder die können sich nicht komplette Miete leisten oder das Geld für die Kinder reicht nicht. Haben die Menschen noch das Gefühl, dass sie mit Arbeit aufsteigen können? Manche sagen, warum soll ich arbeiten, wenn die Stadt mir zum Beispiel die Wohnung zahlt? Die zahlen mir meinen, was weiß ich, pro Person 430 Euro für Lebensmittel. Warum soll ich arbeiten? Aber es gibt Familien, die sagen, ich möchte arbeiten, damit ich mein Kind zeigen kann, wenn man kämpft, wird man was schaffen. Familie Susu hat 2 Töchter. Die ältere ist erwachsen und bereits aus dem Haus. Deborah ist 16. Sie geht aufs Gymnasium. Nach der Schule hat sie sich mit ihren Eltern in der Stadt verabredet. Ich nutze die Gelegenheit für ein spontanes Gespräch. Ich habe ganz viel von deinen Eltern erfahren. Auch, dass sie zum Teil einen Doppeljob gemacht haben, dass sie nachts gearbeitet haben. Wie ist das für dich? Also, ich war schon sehr, sehr oft alleine zu Hause, so richtig abends. Es war sehr schwer. Wenn du überlegst, was du später mal machen möchtest, hast du schon eine Idee im Kopf? Ich würde in der Medizin arbeiten wollen, so als Ärztin sozusagen. Wow. Ja. Da hast du dir aber gleich ein richtig hohes Ziel gesteckt. Ja. Aber es sieht ja bisher gut aus, du bist auf dem Gymnasium. Ja. Und die Noten, wie sehen die aus? Auf jeden Fall, die sind sehr gut. Die sind auf jeden Fall gestiegen schon vom letzten Jahr. Und während dem Lockdown jetzt auch noch. Ich hoffe, dass Deborah es später besser hat als ihre Eltern. Ich finde, sie ist auf dem besten Weg. Und sie glaubt ja auch daran, dass sie es schaffen kann. Ich will jetzt der Frage nachgehen, wie andere die Möglichkeit einschätzen, sich finanziell zu verbessern. Ich frage die Menschen in der Offenbacher City. Also wenn Menschen wirklich arm sind, schaffen sie es mit Arbeit, fleißiger Arbeit aus dieser Armut dann irgendwann mal raus? Ja klar, wenn man sich engagiert, wenn man wirklich was machen will, dann schafft man das. Auf jeden Fall. Da muss man eine Ausbildung machen, die Schule gehen, lernen, nicht nur vor zu Hause rumsitzen. Und dann schafft man das. Man schafft alles, wenn man es will. Sie sind die Arzthelferin in der Kinderarztpraxis. Darf ich fragen, wie viel man da verhält? Also ich bin jetzt ausgelernt und ich verdiene jetzt als Einstiegsgehalt jetzt bei 1,4. 1,4 netto. Haben Sie eine eigene Wohnung? Nein, ich wohne noch zu Hause bei meinen Eltern, ja. Also wenn ich jetzt alleine leben würde, glaube ich, wäre das schon knapp. Ich gehe eigentlich gerne arbeiten. Also bin das auch immer gegangen. Aber jetzt, um ganz was Großes zu machen, da muss ich schon von zu Hause aus irgendwie müssen gewisse Häuser oder sonst was da sein. Irgendwo muss man vielleicht in die Politik oder sonst wo gehen und da was machen. Aber so mit normaler Arbeit heutzutage glaube ich nicht, dass sie nach oben kommen. Ich habe ja in einer Firma 29 Jahre gearbeitet. Ja. Was haben Sie gemacht? Bei einer Reinigungsfirma. War die Chefin. Ich war die Objektleiter. Und habe ganz schnell Deutsch gelernt. Ganz schnell. Ich habe noch eine Tochter. Sie ist ja Gymnasiumlehrerin, Mathematik, Erdkunde und Physik. Also Sie haben eigentlich mit Arbeit dann den sozialen Aufstieg geschafft? Ich sage ja, wenn man will, schafft man alles. Wer wirklich will, kommt nach oben, sagen die meisten, mit denen ich gesprochen habe. Aber aufsteigen ist das eine, oben bleiben das andere. Wie ist es mit der Gefahr abzurutschen, den hart erarbeiteten Wohlstand zu verlieren? Immerhin hat uns die Pandemie ja einiges abverlangt. Eine Waschmaschine für Zeltplanen. Von ihr hatte sich Carsten Wildenhain den großen Durchbruch erhofft. 150.000 Euro hat die Maschine gekostet, mit der Wildenhain die Reinigung von Zeltplanen in Deutschland revolutioniert hätte. Doch zum Einsatz kam die Maschine nie. Corona hatte dem Event-Zeltverleiher aus Niederroden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Planenwaschsalon hätte meine Rente sein sollen. Irgendwann bin ich zu alt, meine eigenen Zelte aufzubauen. Das heißt also, das wäre eigentlich so die Überlegung für meine Rente gewesen. Und jetzt ist es halt die Überlegung, ob sie mich ein bisschen früher ins Grab bringt oder nicht. Seit 15 Monaten hat der 52-Jährige kein Event mehr gemacht. 2020 hatte er Umsatzeinbußen von fast 300.000 Euro. Die Regierung kommt mit dem Überbrückungsgeld für einen Teil der Betriebskosten auf. Den Rest zahlte aus einem Kredit und geliehenem Geld aus der Familie. Die anderen sagen, du kriegst doch Geld, du kriegst doch Überbrückungsgeld. Aber keiner weiß, dass ich das überhaupt nicht nutzen darf. Sondern alleine nur für die Betriebskosten vorgesehen ist. Wenn ich tatsächlich jetzt von diesem Überbrückungsgeld ein bisschen was für meinen Kühlschrank einkaufe, meine Krankenversicherung bezahle oder sonst irgendwas, dann kommen sie wieder und sagen, nee, es tut mir leid, dafür war das Überbrückungsgeld nicht gedacht. Also private Entnahmen sind halt überhaupt nicht möglich. Und dementsprechend kommt es, wie es kommen musste. Und seit Januar bin ich jetzt auch ein Hartz-Vierler. Ein harter Schnitt. Aber seine privaten Rücklagen waren aufgebraucht. Hartz-Vier war für ihn die einzige Möglichkeit, nicht völlig unterzugehen. Du bist ratzfatz als Schmarotzer abgestempelt. Als im weitesten Sinne bis hin zu Arbeitsverweigerer oder was auch immer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will mit niemandem tauschen, der tatsächlich in der Lage ist, das dauerhaft beantragen zu müssen. Eigentlich geht es fast hin zu ein bisschen unwürdig, entwürdigend. Und trotz allem versuche ich mir das so zu erklären, dass es einfach nicht meine Schuld ist. Ein Insolvenz-Sonderrecht hat in der Pandemie Firmen vor der Pleite geschützt. Damit ist es seit Mai aber vorbei. Ob dann Unternehmen wie das von Carsten Wildenhayn Konkurs anmelden müssen, wird sich später zeigen. Den 52-Jährigen trifft auch hart, dass er momentan nicht mal für seine minderjährigen Kinder aufkommen kann, von deren Mutter er getrennt lebt. Ein schwieriges Thema mit, was kann ich meinen Kindern bieten? Und für mich persönlich wird es immer enger gestrickt. Und das ist kein schönes Gefühl. In dieser Notlage ist eine neue, alte Firmenidee geboren. Im November hat Carsten die Kochbühne ins Leben gerufen. Online-Koch-Events, um seinen Betrieb irgendwie aufrecht zu erhalten. Ich muss meine Insolvenz vor mir bewahren oder ich mich vor der Insolvenz bewahren. Und mit Leibesliebe der Küchenbühne versuche ich jetzt, die Betriebskosten einzuspielen, die mir von Vater Staat nicht gewährt werden. Carsten Wildenhayn tut alles, um den sozialen Abstieg zu verhindern. Wenn auch die finanziellen Mittel fehlen. Er hat andere Ressourcen, auf die er zurückgreifen kann. Willkommen in der Küche. Willkommen bei Leibesliebe. Ich finde es wirklich total beeindruckend, wie sehr Carsten Wildenhayn kämpft. Und ich drücke ihm ganz fest die Daumen, dass er es auch schafft. Ich bin jetzt in Königstein im Taunus. In dem Städtchen mit der höchsten Millionärsdichte bei uns in Hessen. Und ja, es ist schon schön hier. Hier ein schönes Häuschen zu haben, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber natürlich nicht leisten. Ganz im Gegensatz zu Klaus Barski, den ich jetzt treffe. Er sagt, er hat es von ganz unten zum Multimillionär geschafft. Und wie er das angestellt hat, erzählt er mir jetzt. Ich treffe ihn auf der Einfahrt vor seinem großen Haus, an seinem Oldtimer. Hallo Herr Barski. Schön, dass wir vorbeikommen dürfen. Gerne, ja. Der hier ist ja schon mal ganz nett. Die Sonne scheint ja schon mal, da ist gut, da legen Sie mal los. Da glänzt Ihr Auto gleich doppelt so schön. Steht der extra unsertwegen hier? Ja. Ja? Normalerweise in der Garage. Normal steht er in der Garage, weil es gleich in den nächsten 10 Minuten wahrscheinlich wieder regnet. Wir sind ja total gespannt mal zu sehen, wie ein Multimillionär lebt. Ja klar, dann lasst uns vergehen. Wir verlangen aber Eintritt. Wie viel? Lass dich nicht veräppeln. Und das sind Palastwasen, die so in Königs- und Kaiserpalästen waren. Maria Theresia von Österreich. Maler, Deutscher. Der hat, Himmel heißt der. Das ist also Original. Und ich sage uns, das ist 500, 600 Jahre alt. Herr Barski, Sie haben ja nicht immer so gelebt, wie Sie jetzt leben. Nein, habe ich auch nicht. Kindheit. Wir haben zu viert in zwei Dachkammern gewohnt. Ohne Toilette und Bad. Plumpsklo im Garten. Mein Vater war Friseurgehilfe. Und ich bin Volksschüler. Und all die anderen Brüder waren alle Hilfsarbeiter auf Erwerft. Aber da konnte man in der Arbeitergegend kein Geld verdienen. Klaus Barski führt mich durch sein Haus. Über Tierfälle auf dem Boden, an zahlreichen Gemälden an den Wänden vorbei. Er erzählt mir, dass er eine Lehre als Verlagskaufmann begann. Dass er sich später als Werbefachmann selbstständig machte und dann seinen ersten fetten Auftrag an Land zog. Ich habe mich ziemlich schnell auf Marketing spezialisiert. Und ich bin eins, ich bin ein begnadeter Geschäftsmann. Ich kann in eine Firma gehen, egal was für ein Produkt. Und kann innerhalb von einer Viertelstunde mit dem Chef reden und dem sagen, wo es lang geht. Ich habe immer gearbeitet, bis ich umfiel. Bis ich also reif war für die Mischung zwischen Irrenanstalt und wer weiß was. Und dann habe ich wieder, fünf Jahre war ich auf Ibiza. Und da war ich wieder fit, damit ich wieder nach Frankfurt habe bis zum Umfallen wieder gearbeitet. Bis dahin hatte er mit Immobilienspekulationen ein Vermögen gemacht. Barski kaufte günstige, ältere Objekte, die er sanierte und dann teuer wiederverkaufte. Bereits mit Ende 20 hatte er seine erste Million. Herr Barski, jetzt haben Sie es aus einfachen Verhältnissen zum sogar Multimillionär geschafft. Sagen Sie, das könnten andere eigentlich auch? Das kann eigentlich jeder. Aus dem einfachen Grunde, wenn er nur ein bisschen clever ist. Ich habe also eins, wir haben nie ein Haus gehabt oder eine Wohnung oder was. Und da habe ich gesagt, das Wichtigste in meinem Leben ist, ich muss ein Haus kaufen, irgendwie sowas kaufen. Und habe dann geguckt, was ist das Billigste vom Billigsten? Das habe ich mir angeguckt. In Niedereschbach habe ich dann in der großen Hintergasse ein kleines Fachwerkhäuschen, ein schräges, fast zusammengefallenes gefunden, für 13.000 Mark. Das war aber total verwahrlos und heruntergekommen. Und dann gefiel uns das nicht. Und da habe ich das verkauft und habe das für 20.000 wieder verkauft. Da hatte ich 20.000 in Bar. Ich frage mich halt ein bisschen, ob Ihre Geschichte wirklich auf alle Menschen übertragbar ist. Ja, ist einfach. Hören Sie mir zu. Ich habe vor mir das Motorradfirma besucht und die beraten über Motorradabsätze. Mittags habe ich einer mit Eigentumswohnung, der hat ein Haus als Eigentumswohnung gemacht. Das ist ja alles einfach. Ob das ein Motorrad ist oder Eigentumswohnung, die müssen hergestellt werden, kommen in den Vertrieb rein, die müssen verkauft werden. Und das vernünftig. Ich frage mich trotzdem, ob das wirklich auf andere Leute übertragbar ist. Weil ich habe das Gefühl, Sie haben auch ziemlich viel Glück gehabt. Und es war natürlich auch eine andere Zeit. Nein, Glück kann man nicht haben. Jede Zeit hat ihre Möglichkeiten oder nicht Möglichkeiten. Aber es ist so, das Gesetzmäßige, was da läuft auf dem Immobiliensektor, verändert sich nie. Nur die Preise oder Größenordnungen. Aber generell gibt es immer eins. Da gibt es einen normalen Preis, der ungefähr um den herum gehandelt wird. Und wenn du da weit unter dem Preis, der du das weißt und das herausfindest, weil du ständig am Ball bist, dann kaufst du nur, wenn du das unter Preis findest bei jemandem, der keine Ahnung hat. Dann kaufst du. Ich sehe schon, Barski ist fest vom freien Markt überzeugt. Aber mir fallen diejenigen ein, die zu den Verlierern dieses Systems gehören. Was halten Sie denn eigentlich von so etwas wie einer Vermögenssteuer, dass vielleicht auch Ihr Geld umverteilt wird? Warum soll ich das Geld, wo ich so wie ein Hund gelebt habe die ersten Jahre? Wo ich da meine Gesundheit ruiniert habe, mich kaputt gearbeitet, ohne irgendeine fremde Hilfe? Wann soll ich da später, wenn ich da einen gewissen Wohlstand erreicht habe und immer wieder durchgehalten bis zum Sonstwas gearbeitet? Wann soll ich da von meinem Geld abgeben? Aus dem einfachen Grunde, weil, was meinen Sie, ich zahle ja auch Steuern. Ich habe immer brav meine Einkommenssteuer bezahlt. Ich habe die Finanzamt nie beschissen, weil ich Angst gehabt hätte, da irgendwie Probleme zu haben. Ja, vielen Dank, Herr Barski. Hauen Sie mich nicht in die Pfanne, ich habe zu hart gearbeitet. Nein, nicht in die Pfanne hauen, aber trotzdem weiterfragen. Es gibt immerhin viele Menschen, die hart arbeiten, aber nicht so einen Aufstieg hinbekommen. Darum habe ich mich, ebenfalls in Königstein, mit Michael Hartmann verabredet. Als Elitenforscher kennt er sich wie kein anderer mit Reichtum und Armut im Land aus. Das Beispiel, das wir jetzt gerade gesehen haben, Klaus Barski, der es geschafft hat, wirklich aus einer armen Familie zum Millionär zu werden. Das ist ein Sommerfall. Man muss sagen, die meisten Reichen haben schon erhebliche Summen geerbt. Und je reicher, umso höher ist der Prozentsatz. Das ist der Normalfall. Das ist also das Geheimnis der meisten Reichen. Sie kommen schon reich zur Welt. Und was ist mit den anderen? Jetzt muss ja nicht jeder sofort Millionär werden, aber wie steht es um die, die, sagen wir mal, von unten zumindest in die Mittelschicht wollen. Welche Chancen haben die bei uns in Deutschland? Die Chancen haben sich statistisch deutlich verschlechtert. Also im neuesten Armuts- und Reichtumsbericht werden verglichen die 80er-Jahre und das letzte Jahrzehnt. Und diejenigen, die es innerhalb eines Zehnjahreszeitraums geschafft haben, aus der Armut rauszukommen, in den 80ern waren das noch 60 Prozent. Jetzt sind es noch 30, also gerade mal halb so viele. Es gibt immer noch 30 Prozent, die dann meistens in die untere Mittelschicht aufsteigen, da drüber raus ist ganz selten. Aber es ist nur noch halb so viel wie in den 80ern. Und da merkt man, wie sehr sich die Situation seit damals verschlechtert hat. Ich finde, es klingt so, aus Ihrem Munde, so aussichtslos, irgendwie den Aufstieg zu schaffen. Auf der anderen Seite ist es ja nun nicht so, wie zum Beispiel in den USA, dass wir irgendwie so ein richtiges Elend auf den Straßen sehen. Also so ganz so schlimm fühlt es sich für mich zumindest hier in Deutschland jetzt eigentlich noch nicht an. Nein, aber das hat man in den USA in den 80er, 90ern auch gesagt und in Großbritannien. In den Ländern ist der Prozess weiter vorangeschritten, weil wenn man da im unteren Bereich der Gesellschaft ist, ist das Abrutschen stärker spürbar, weil der Sozialstaat da weniger entwickelt ist. Und das haben wir nicht. Wir haben auch noch keine wichtigen Ghettos. Das gibt es in den USA, das gibt es auch in Frankreich, in den Baunlieues. Aber wenn Sie sagen noch, befürchten Sie, dass die kommen? Ich befürchte, dass das so ist. Dass es kommen wird, also wenn Sie sich die Entwicklung in den Städten angucken. Was wir erleben, jetzt schon seit 20 Jahren, ist eine zunehmende Entmischung von Wohnvierteln. Sie haben immer mehr sehr reiche Viertel und Sie haben dann die armen Viertel. Und wenn Sie in einem armen Viertel groß werden, beeinträchtigt das Ihre Bildungschancen, Ihre Berufschancen. Und Sie fühlen sich zunehmend aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und das wird irgendwann auch politische Konsequenzen haben. Also ich habe in Main sehr lange Fußball gespielt. Da waren Jugendliche aus so einem Problemviertel, mit denen wir gespielt haben. Und die haben sich für Politik überhaupt nicht interessiert. Weil so das, der Motto war, die da oben interessieren sich nicht für uns. Warum sollen wir uns für die interessieren? So düster, wie Sie das alles zeichnen. Deutschland in 50 Jahren. Wie stellen Sie sich das hier vor? Ich bin im Grunde ein Optimist. Ich glaube immer, man kann ja politisch was dran ändern. Wesentlich wäre zum einen, dass der Niedriglohnsektor drastisch zusammengestrichen wird. Das heißt, dass der Mindestlohn deutlich erhöht wird. Dass befristete Arbeitsverträge nicht mehr so leicht abzuschließen sind ohne jede Begründung. Dass die Leute einfach das Gefühl haben, wenn sie einen Job haben, wir können über die nächsten Jahre was planen und wir haben ein Einkommen, von dem man auch halbwegs vernünftig leben kann. Das ist das eine. Das zweite ist immer Bildung, klar. Dass ein Bildungssystem offener wird, das nicht so früh aussortiert wird. Das trifft ganz viele aus dem ärmeren Teil der Bevölkerung. Die sind nach der 4. Klasse auf einem Weg, der mit Sicherheit nicht bis zum Abitur führt. Und trotzdem ist es möglich. Ich habe einen jungen Mann getroffen, der mittlerweile beruflich richtig gut unterwegs ist. Er berät internationale Firmen. Und das, obwohl seine Eltern kaum Geld hatten, als sie mit ihm und seinen Geschwistern nach Deutschland eingewandert sind. Jajajate hatte früh das Gefühl, er könne den sozialen Aufstieg schaffen. Aber wie das geht, konnte ihm zu Hause niemand erklären. Seine Eltern wollten gute Bildung für ihre 5 Kinder. Aber alles Weitere musste er selbst herausfinden. Meine Eltern sind aus Gambia eingewandert. Und ich würde sagen, wir sind eine Arbeiterfamilie. Mein Vater hat vor allem in der Lagerlogistik gearbeitet. Meine Mutter war über die größte Zeit Hausfrau. Und bei mir war das eben keine Selbstverständlichkeit für viele Menschen in meinem Umfeld, dass ich die die Schritte gehe, die ich gegangen bin. Was mir in meinem, ich würde sagen, im Aufwachsen vielleicht gar nicht so sehr deutlich war. Aber eher dann in Gesprächen, wo Leute dann ziemlich überrascht davon waren zu hören, dass ich nicht aus dem Akademikerhaushalt komme. Als Einwandererjunge aus einfachen Verhältnissen bekam Jajajate gut gemeinte Ratschläge. Er solle doch eine Ausbildung machen, etwas Solides lernen. auch seinen Kindheitstraum-Fußballprofi fanden alle ganz spannend. Er war ein großes Talent beim FSV 07, war Kapitän und Torschützenkönig. Aber mit 15 Jahren beschloss er, dass er lieber studieren wollte. Das ist dann auch bei vielen auf Unverständnis gestoßen, weil ich immer schon gesagt habe, ich will Fußballprofi werden, das irgendwie klar formulieren konnte. Und bei den anderen Themen wie Uni, ich selbst keine, und die Leute auch in meinem Umfeld häufig keine klare Idee hatten, was das genau bedeutet. Deswegen kam da auch eine gewisse Skepsis mir entgegen. Er wollte raus aus Maintal, Karriere machen. Nur wie? Noch ahnte er selbst nicht. dass er mal am persischen Golf studieren würde, in London seinen Master in Psychologie machen und heute internationale Unternehmen beraten würde. Ohne Akademiker in der Familie konnte er halt niemanden fragen. Ein großer Punkt da war die Klarheit, die manche Kommilitonen hatten, einfach dadurch, dass sie Leute im Umfeld hatten, die sie fragen konnten, deren Netzwerk sie nutzen konnten. Während ich und auch andere, die einen ähnlichen Hintergrund haben, wie ich, eher ihren eigenen Weg finden mussten, es eher ein Learning by Doing war, anstatt Leute im Umfeld zu haben, die einem den Weg einfach weisen konnten und die man um Rat fragen konnte. Der soziale Status der eigenen Familie macht einen Unterschied. Das merkt Yaya Yate immer wieder. Unbekannte kulturelle Codes, damit musste er lernen, klarzukommen. Und mit anderen Verunsicherungen. Die gab es selbst in der Schule. Ratschläge vermeintlicher Fachleute, die ihm weniger zutrauten, als er in Wahrheit drauf hatte. Ich wollte ursprünglich meinen Englisch-Leistungskurs und meine Englischkenntnisse verbessern, auch mit dem Gedanken, später mal international zu arbeiten, wo es dann eine Lehrkraft gab, die mich da eher entmutigt anstatt ermutigt hat, diesen Weg zu gehen. Denn so eine Rückmeldung hat bei mir natürlich viele Fragen aufgeworfen, wo man dann anfängt, mehr zu hinterfragen, generell zu hinterfragen, ob man selbst überhaupt einschätzen kann, was das Richtige für einen ist. Und da Zweifel aufgeworfen werden, über die man sich Wochen, Monate, vielleicht sogar jahrelang noch Gedanken macht. Er hat den Englisch-Leistungskurs am Ende doch gewählt. Heute führte er als Wirtschaftspsychologe in einer internationalen Firma fast alle Gespräche auf Englisch. Yaya Yate machte die Erfahrung, gegen Verunsicherung braucht es Ratgeber, die einen ermutigen. Am Gymnasium hatte er seinen großen Bruder. Der machte ein Jahr vor ihm Abi. Und im Studium wurde er dann von Stiftungen gefördert. Für mich war ein ganz großer Unterschied, dass ich vor allem dann fürs Studium teil eines Stipendienprogramms war, wo es nicht nur finanzielle Förderungen gab, mit der ich mein Studium finanzieren konnte, aber auch ideelle Förderungen, wo wir Seminare hatten, wo wir Vorträge hatten, wo wir uns einfach melden konnten und Fragen stellen konnten und so die Begleitung mit hatten. Das hat schon einen großen Unterschied gemacht. Orientierung, Information, Vernetzung. Es brauche viel mehr solche Angebote, ist Yaya Yate überzeugt. Damit alle, die das Zeug dazu haben, auch die Chance auf sozialen Aufstieg bekommen. So wie er. Sozialer Aufstieg scheint ja irgendwie doch möglich zu sein, wenn die richtigen Leute dabei unterstützen. So wie die Frau, mit der ich jetzt spreche. Sie kommt aus einer Hartz-IV-Familie. Auch sie hat den Aufstieg geschafft. Und jetzt setzt sie sich dafür ein, dass die Zukunft von jungen Leuten nicht von deren Herkunft abhängt. Natalia Nepomniascha hat sich nach oben kämpfen müssen. Das will sie anderen benachteiligten jungen Menschen ersparen. Deshalb hat sie das Netzwerk Chancen gegründet. Mit Büros in Berlin und auch in Hessen. Natalia sitzt in Berlin. Deshalb führe ich das Gespräch mit ihr per Skype. Ihr Netzwerk ist natürlich total super. Und da sind ja auch ein paar hundert junge Erwachsene auch drin und werden damit gefördert. Aber was würden Sie sagen, was muss sich so grundlegend vielleicht auch bei uns in der Gesellschaft ändern, damit Ihr Netzwerk vielleicht auch dann irgendwann gar nicht mehr gebraucht wird? Sehr viele Studien zeigen, dass es nicht von der Leistung, nicht von den Fähigkeiten der Kinder abhängt, auf was für eine Schulform sie kommen, sondern wirklich meistens von der sozialen Herkunft. Wir setzen uns ein für Gemeinschaftsschulen mit individueller Förderung, ganz wichtig für alle, als Regelschulform. Das ist wirklich so das große bildungspolitische Ziel, was wir verfolgen. Und wenn es dann um Unternehmen geht, dann ist es so, dass natürlich soziale Herkunft als ein Diversity-Faktor anerkannt werden muss. Wenn wir es schaffen, dass Unternehmen da offen sind, dass nicht nur auf Abschlüsse und Qualifikationen geachtet wird, sondern tatsächlich darauf, was für Kompetenzen, was für Fähigkeiten bringt jemand mit, dann glaube ich, kommen wir auf jeden Fall auch im Bereich Chancengleichheit ein gutes Stück weiter. Wir fragen ja mit unserer Sendung einmal unten, immer unten. Wie würden Sie das beantworten? Es dauert in Deutschland im Schnitt sechs Generationen, bis die Nachkommen von einkommensschwachen Familien das Durchschnittseinkommen erreichen. Sechs Generationen, das liegt jenseits von der Forschungskraft, glaube ich. Das ist mehr als ein Jahrhundert. Insofern, insofern, ich würde nicht sagen immer unten, denn wir haben soziale Aufsteiger in diesem Land, aber leider sehr oft unten. Und da muss die Politik, aber auch die Gesellschaft noch wahnsinnig viel tun, um das zu ändern und wirklich sozialen Aufstieg für alle zu ermöglichen. Das ist eigentlich ein schöner Abschluss schon. Und trotzdem würde ich gerne noch fragen, ob Sie vielleicht ein Beispiel für uns haben aus Ihrem Netzwerk, wo wir das auch widerlegen, dieses einmal unten, immer unten. Also wir haben bei uns im Netzwerk zum Beispiel ein Mitglied, das eine Hauptschulempfehlung hatte und tatsächlich zunächst auf einer Hauptschule war. Das ist natürlich auch ein Mitglied im Migrationshintergrund und dann aber ein Sportverein tätig war. Unter diesem Sportverein war zufällig auch ein anderes Kind, deren Vater Professor war. Und er hat dann wiederum unser Mitglied gesehen und gesagt, hey, ich glaube, in dir steckt viel mehr drin und angefangen, das Mitglied zu fördern. Und diese Person ist jetzt in einer sehr guten Position und leitet ein großes Team bei einem großen Konzern. Und das heißt, diese Geschichten gibt es auf jeden Fall. Aber es war in ihrem Fall ein Zufall, dass man zufällig ein anderer Vater war, der gesagt hat, ich helfe dir, ich fördere dich, ich sehe was in dir. Und wir dürfen diesen sozialen Aufstieg nicht dem Zufall überlassen. Es muss im System verankert sein, dass wirklich Kompetenzen, Fähigkeiten, Talente erkannt und entwickelt werden, und zwar unabhängig von sozialer Herkunft. Einmal unten, immer unten. Was ich auf jeden Fall mitnehme ist, einmal oben, immer oben. Und diese These von unserem Reichtumsforscher fand ich zwischendrin doch ein bisschen ernüchternd. Die Herkunft dominiert fast immer die Zukunft. Und da muss sich einiges ändern. Mut machen mir all die positiven Beispiele. Und die Menschen, die die Fähigkeiten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen erkennen und sie fördern. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage Einmal unten, immer unten. Diese Sendung können Sie auch hören unter hr-inforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD-Mediathek anschauen. Ich weiß, dass du großartig bist. und du kannst die M ei weg Vielen Dank.